ja hallo und willkommen zu lich of legends auf twitch oder meinen kanal ich spiele diesmal den odier also am anfang hatte ich eigentlich am anfang hatte ich Twisted Fate dann hatte ich ihn getauscht gegen Fizz und jetzt halt ich wurde ein Typ wollte tauschen da hab ich getauscht dann wollte dieser Typ hier den löschen die und so ist ihn mit und die tauschen und mit Udi bin ich nicht gerade der schlechteste deswegen mal zugestimmt und hier okay also ja ich spiele Aram das ist so wie Team Deadmatch kann man es man kann es mit Team Deadmatch vergleichen ähm man kann nur was einkaufen nachdem man äh halt reingekommen ist ins Spiel ich kaufe mal die Start-Items ich muss mich mal kurz konzentrieren das war so wer das und das ja am Aram halt man kann nicht in die Base gehen und sich heilen man kann nur Items kaufen nachdem man wiederbelebt wurde und es gibt nur eine Lane ich spiele halt mit Udia er hat halt kein Ultimate er hat nur vier Skills ich hasse das am Anfang wenn die wenn die alle ihre Wurffähigkeiten hier in den Bosch Spam oder da hin ich glaube ich stelle mal kurz die Grafik runter Grafik runterstellen also ich glaube mit Mitteln kann ich leben also ja das ist halt mein erster Livestream von Nature of Legends das ist wie gesagt mein erstes Video von Nature of Legends und mein Team wird schon da Geownnaged Geownnaged also seine Skills sind passiv halt wenn ich eine Fähigkeit aktiviere dann werde ich schneller und erhalte Angriffstempo den Skill den ich aktiviert habe Vogelskill nenne ich ihn er heißt Macht des Phönix halt wenn ich ihn aktiviert habe dann ja ist er halt auf meinem Champion drauf und das wird dann halt ja dieser Champion ist schwärzig denn dann habe ich die Passive vom Vogelskillern halt wenn ich eine Fähigkeit aktiviere dann wird sie der Passive aktiviert ach du na ich muss die Grafik weiter unterstellen das musste die Richtige sein das musste die Richtige sein ich guck mir mal wieder wie das Stream aussieht ach nö ach nö na jetzt soll es gehen glaub ich für euch ja halt das ist mein zweiter Stream und Ja, man sieht hier die Probleme Ähm Ich schreibe jetzt irgendeinen Kalken im Chat Der mich nicht interessiert Halt, ja wenn ich den Feuervogel aktiviere Dann Mach ich für eine bestimmte Anzahl an Sekunden Halt welchen Aktivierter kommen So Feuer und das macht Gegner Schaden Und sein andauernder Effekt ist Effekt ist Bei jedem ersten und dritten Schlag Verursacht der halt so Feuerschaden Der geht dann durch die Gegner durch, kann man auch hier sehen Ja Oh nein, das leckt mir sowas von stark Ähm Sein zweiter Skill Ist halt, äh Sein dritter Skill ist halt der Bär Damit wieder schneller Und wenn ich damit einen Gegner treffe Und wenn ich damit einen Gegner treffe Entschuldigung Ähm Also der ist ein andauernder Effekt ist Wenn ich einen Gegner treffe Halt alle 6 Sekunden Wenn ich einen Gegner treffe Dann betäube ich ihn Und damit kann ich halt schnell laufen Ich muss die Grafik hier noch weiter runter stellen Komm sehr niedrig und Sehr niedrig Pfff, ich hatte es auch gerade mal mit sehr niedrig ausprobiert Und Das sieht so schlimm aus Okay, jetzt geht's Ähm Um halt Der ist dafür da Um den Gegner nachzulaufen und ihn halt zu stunnen Das meistens dann so Äh Sein Feuerphönix Ist dafür da Um Basalen zu töten Ähm Sein E ist halt Wenn ein Gegner entkommt Nachlaufen und töten Sein Drache ist halt Tiger Oh Tiger Wenn ich das aktiviere Dann werde ich verdammt schnell Und dann Manchmal schaden Also und mit dem ersten Schlag Nachdem ich das aktiviert hab Mach ich verdammt viel mehr Damage Ja Und das Ziel ist es halt wie bei jedem normalen Match Die Gegner halt kaputt zu machen Und manchmal spawnen hier und da Halt bei einer bestimmten Zeit Heilrun Heil Runen oder wie man sie auch nennt da Oh shit Kann man sich hier Ich würde auch gerne In die Gegner reingehen Komm den kriegt den kriegt der Ich hab noch nen Kill gekriegt Neulich Mach es auch gut wenn man sich halt selbst töte denn dann Kann man sich Gegenstände kaufen Also ich kaufe mich je mehr defensive Gegenstände ist ja logisch Und ich stelle mich so Mal zwei Tränke für Die Sicherheit Und ich erniedrige die Graf hier nochmal Okay kein Schaden hört sich gut an Besser als Verpackte Schatten Find ich Und es lädt Tut mir leid für euch Okay die Graf ist jetzt verdammt schlimm aber müsste schon gehen Komm die kriegt ihr doch noch Ja wenigstens Und halt ich bin normalerweise ein Dota Spieler Ach kommt schon Ich kann ja nichts dafür wenn die alle da hinten campen Wir haben eins Das Ein fernkämpfer Wieviel haben die Äh Ich glaub zwei oder drei Ich glaub ich weiß nicht ob Trash Nahkampf okay Sie haben zwei Oder Keine Ahnung ich komm mal jetzt nach Die haben zwei Fernkämpfer Und er hat halt keine ultimate Ich hab noch nie Ich hab seit lange nicht mehr mit so aggressiven Gegenden gespielt Komm das überlebe ich doch noch Zack Leider heilen die Runen hier sehr wenig Verdammt wenig Zu wenig Zu wenig No Und jetzt sind ja die neuen Nicht so viel äh Die neuen Udia Skins raus Der neue Udia Skin Wo sich die Animation verändern Irgendwie für 20 Euro oder so Komm Wie schade Ich sollte mir immer was kaufen Nein 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 Okay ich hab mir noch nur Items zu kaufen und mein Ping Mein Ping ist da auf 200 ich möchte mir auch den krokodil typen eigentlich kaufen der wie heißt renikton nein die haben drei fernkämpfer da kommt doch an ja wenn die menschen dafür kann ich auch nichts wie geht hier ich schreibe mal kurz attack aber bringt ja nichts wenn die alle hier im kreis da rumstehen und nichts machen ich habe keine ahnung wieso ich das aufgelevelt habe nein die haben vier fernkämpfer renikton ist tot komm ich überlebe das noch wenn ich bloß wüsste woher ich den bazinger satz kenne kommt laufend ja wenn sie das stimmen bleibt alle nur auf mich da kommt schon und zwar nur 150 geld 100 geld für für geist geist geschichte 1000 00 00 Vielen Dank.